Der Gourmet-Hobel ist auf das Schneiden besonders feiner Scheiben spezialisiert. Nach Abschrauben des Restehalters wird die Klinge auf die gewünschte Schnittstärke eingestellt. Durch das Ziehen des Schneidguts über das Messer können sowohl dickere als auch hauchdünne Scheiben hergestellt werden. Trüffel erfordern besonders feine Schnittstärken, damit sie das begehrte Aroma entfalten können. Mit Hilfe des Restehalters lassen sich Reste oder besonders kleine Gemüse gefahrlos bis zur letzten Scheibe verarbeiten. Der Gourmet-Hobel eignet sich für alle harten und weichen Gemüse- und Obstsorten. Ob für Knoblauch, deren feine Scheiben geschnitten werden soll, Pilze gleich welcher Art und Größe, feine Kartoffelscheiben für Bratkartoffeln oder Kartoffelgratter, dekorative Peperoni-Ringe oder dünne Radieschenscheiben für herzhafte Salate. Der Gourmet-Hobel erzeugt gleichmäßig hauchdünne Scheiben und erleichtert damit wesentlich die Arbeit.